Ich... Es tut mir leid, aber... Ich will dein Hirn! Ja, genau! Ich will das im Superstar-Energy-Monster-Zummi! Ich fresse dich auf! Ne, so... Nimmt sich das Gehirn und sagt, Schlaupich ist meins gleich auf! Hey, Luke, hol die Hinweis-Münze im Netz! Aua, mein Fuß! Gut, dass du grad Luke und Hinweis-Münze ges... Achso, nein! Das hat ja jemand da geschrieben im Chat! Das war ein gutes Timing! Aua, mein Fuß! Er wird taub! Sie werden taub! Oh nein, diese Spinne hat dich gebissen, oder? Vergiss es, ich bin ein böses Mädchen! Bild doch! Professor, ich komme! Nicht weg! Verrochen lassen. Hm? Hast du's schon? Jaja. Okay. Jetzt kommt bestimmt- Okay, ach, mein... Niemals. Ich kann dich nicht einfach im Wald zurücklassen. Doch, die anderen Zombies getötet. Das wäre zu fies. Mein Haus, du musst nur durch den Wald. Ich habe irgendwie gar keine fixen Stimmen für sie. Ich rede einfach so, wie ich lustig lauter. Wenn du mich zu meinen Brüdern bringen kannst, rechtzeitig. Ey, wenn du mich zu meinen Brüdern bringen kannst. Ich höre, Alter. Das ist nämlich auch... Du hast so eine Klatsche, ey. Das muss heißen, wenn du mich zu meinen Brüdern bringen kannst. Aber na, ach. Halte du, Schrottitopp. Woher weiß ich, dass die so... Egal. Die haben sich in einem anderen Spiel schon mal getroffen. Aha. Das ist nämlich eigentlich, glaube ich, das letzte Spiel bisher der Serie. Oh, die Musik ist witzig. Nein, in diese Richtung. Das ist die Schattenhand aus Link. Habe ich doch gesagt. Sieh, die gucken schon alles ab. Boah, ey. Ist das fies. Wee, wee, wee. Ach, komm schon. Ich muss wieder alles... Ist das nett. Ist das gemein. Ist das nett. Nein, ist gemein. Das durchzuspeedrunnen ist lustig, denke ich. Nein, da oben lang. Ha, wieder ein Scream geschafft. Okay. Schanty explodiert jetzt. Und das ist sogar ein Mega-Man-Style. Ja, eben. Das ist ja schon die ganze Zeit so. Ja, die Zunge sind richtig eklig. Äh, 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 äh. Lachst du so! Entschuldigung. Ah. Die wissen halt, wie man züngelt. Oh Gott. Die können ihre Zungen richtig gut einsetzen. Sieht richtig! Oder eher die Hand aus dem Kno. Ja, genau, die Hand aus dem Kno, genau. Nee, aber die hat ja nichts gemacht, außer rumgeschnauzt, dass sie da ist. Ja, ah. Oh Gott, das ist so... Oh nein! Guck mal! Super Mario World! Das sieht nicht grad jugendfrei aus. Äh, diese... Ist egal! ...stachligen, rammenden Dinger! Boah! Oha! 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 Aha! Weiter geht's! Das ist wies! Oh ne! Oha! BH! Oha! Rottitop! Nee, Spiel macht dich einfach zu dreckig! Nein, das bin ich auch so schon! Boah! Aha, ich musste erst dazwischen... Ach, sie ist so ein Schwein! Zwischen diese langen Dinger mit ihren... ...die da so zustoßen! Ah! Wenn ihre Beine drauf sind, dann hat sie vielleicht Warenkrämpfe durch Magnesium... Ah! Und Verspannung! Kradenwämpfe! 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 Ja, das ist richtig! Hm! Durch Scheidenpilz-Krimsuppe von Magymeisterklasse! Hier geht's weiter... So, jetzt kommt ganz plötzlich einfach so in den Schatten hin! Oh! Oh, da sind sie! Wer von ihnen redet! Genau! Ne, dass die da waren, das wusste ich! Da ist eine! Boah! Bah! Bah! Ah, die Zunge! Ja! Bin sie so... Unangenehm! Was ist das denn? Grabsteine für dich und für Zomb! Ah! Ah! Lebendige Grabsteine! Wie gemein! Das sind Mi-Tools unter Grabsteinen! Das ist schon Mario geklaut! Mario 64! Mario Bros 3! Echt? Ja! Ach ja! Diese... Nein, ich benutze nicht Wario! Ich benutze Ditto! Und hab! Und hab! Und hab! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Ah, die Musik dazu ist echt... Cool! Ah, ja! Die wollte ich wieder machen! Lustig! Schmeckt Scheidenpilzpul... Kremensurfe überhaupt! Hä? Ah! Ich wollte die wieder machen! Ja, die ist auch ganz cool! So! Komm! Schmeiß sie auf den Wohl und schieb sie einfach so! Und... Ja, das ist das Lieblingsbier von Rottitops! Okay, kannst du das Alphabet rü- Neiiiiiii! Na! Los! Setz Alphabet ein! Aber rülpsen? Nein, nein! Ich würds auch nicht tun! Sowas mag ich ja eine Person überhaupt nicht! Ja, ich mag es überhaupt nicht, wenn mir jemand in Skype ins Ohr rülpst. Da kann ich dann schon mal... Was ist das bitte? Oh. Ih, das Ding spuckt Sperma. Egal. Reden wir mal nicht darüber, wie das ausschaut und gehen einfach weiter. Wie was ausschaut? Ah. Egal. Schlobleck? Schlobleck gibt's doch gar nicht in Generation 1. Ja, also man fragt einer Frau nicht nach irgendeinem Groves-Künstler. Genau. Ich heiße Sushi. Nur hier schaut diese Wesen, weil du nur wissen, ob du es kannst. Wua! Dachte, bitte brauchen wir Fragen. Ah! Ich renne da jetzt noch mal ein. Das sind ja noch keine Antworten. Ha. Ha. Ha! 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 Schlupfuck ist auch nicht aus Gen 1! Schlupfuck ist Generation 3! Jetzt guck ich euch morgen auf. Schlupf meinst du vielleicht! Schlupf ist Generation 1! war diese ganzen viecher und hier die zunge ich mag die ich gar nicht wie lange gibt es ja eigentlich noch das ist ja noch schlimmer nicht fliegen lernen konnte ja ja pikachu fliegen lernen ich weiß es konnte surfer lernen aber auch das muss gecheatet gewesen sein also ich weiß durch pokémon stadium konnte es auch surfer aber das war voll gemein deswegen war auch major bob so ziemlich der fieseste arena leiter in dem spiel der hatte ein pikachu mit surfer ja pikachu konnte auch abnehmen lernen weil pikachu ist dünner geworden mit der zeit so jetzt hier kommt schon ich glaube nicht nein ich will den haben aber ich glaube das ist gar nicht so und auch die dinger die zweideutige dinger das ist hier oben noch was komme ich nicht weiter glaube ich rechtliches grinsen was heißt dreckig was er heißen wir dann das möchte ich nicht sagen gerade rechtzeitig mein herr mein held ist das ihr bruder ja schwester stein jo schwester was ist mit der geschäten krabbe wenn sie nicht zum armen dessen hier ist sollte sie sich umdrehen und abdüsen abner oder so jo junge du bist mir ein großer bruder siehst du nicht dass sie verletzt ist sieht normal für mich aus bitte was für eine fahrt sagte sie ja jetzt gerade du verfluchte betrügerische schlampe nachtisch schön du 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 verfluchte betrügerische tischlampe ey chante nicht wahr ich wollte was sagen ich bin nicht wirklich gut darin mit freunde zu machen ich meine mir freunde zu machen ich würde jetzt hier das zombie-mädchen richtig so wie ein assi so reden ja weißt du ey genau so so wie ein assi nur weil ich jetzt mit so einer mit so einem mit so einem aufgesetzten äh äh stereotypen türken akzent komme fängst du mit assis an ey das ist nicht türken akzent in meinen augen ist das nicht ich bin jetzt einfach so asozialer akzent was einfach jeder asozial hat nee das ist kölsch oh uah nein das ist gemein gewesen ähm aber du warst gut zu mir und po und meine schwester hier aber du warst gut zu mir und po und meine schwester hier deswegen singe ich dir jetzt n song von mir yeah oh god es ist nur dass das piratenmittel dir wahrscheinlich besser weiterhelfen kann also ich möchte mich eigentlich nur für die schlechten entscheidungen in der vergangenheit entschuldigen weißt du ey peace und so es ist schön mit dieser risky boots zusammenzuarbeiten dümmste sache die je gemacht habe wie gut, dass es da schreibfehler in den textboxen gibt es passt so schön dazu Rottika Rotti, das total verrückte Hasenrennen, das passt krass. Ich bin auch der Herr Haare. Ja. Ja, das ist schon okay. Po. Wie heißt der jetzt eigentlich? Ach ne, der hieß ja Abnormal oder sowas. Ne, aber stell dir mal vor, das wären alles die Teletubbies als Zombies. Oh Gott. Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po. Und die kleinen Rotti hier sind alles, was mir von meinem Leben geblieben ist. Und weißt du, mein Leben ist eigentlich schon vorbei. Der Upnerd.